So, Moinsen Leute, ich bin jetzt hier in Kubai. Hier ist unser Stand. Hier stehen auch schon. Da hinten ist Sardeg. Da steht... George. Sardeg. John. Hier ist noch einer. Der ist hier Karl Matador. Ja, da hinten ist auch schon die Bühne. Wir sind hier, wie auch der Fibo, nicht ganz so groß, aber es sind einige dabei. Ganz hinten ist auch der amtierende Mr. Olympia, Jeremy, auch da. Und hier haben wir vorhin fleißig Autogramme gegeben. Ich habe leider zu wenig Karten mitgenommen, aber was soll's. Wir haben dafür mehr Fotos gemacht und es ist ja auch nichts schlecht. So, jetzt nochmal in die Runde hier. Okidoki Leute. So, das war's. Ich werde gleich Gas-Posing machen. Das ist auch eine Überraschung, aber mein Gott, was soll's. Ich lasse mich gerne überraschen. So wie mit meinem Visum in Kubai. Und jetzt werde ich auch mit dem Gas-Posing auch noch überrascht. Aber das nehme ich natürlich auch mit. Ok. Und aus.